So nimmst du dir die Angst vor dem ersten Date. Wenn du noch nicht oft gedatet hast oder vielleicht aus einer Beziehung kommst und ein bisschen eingerostet bist und immer aufgeregt bist oder diese Nervosität einfach nicht weggeht, gibt es mehrere Punkte, die du dabei beachten kannst, damit du einfach entspannter in das Date reingehst, das einfach mehr genießen kannst und die Frau auch merkt, dass du nicht zu aufgeregt bist und merkt irgendwie, was stimmt, denkt, was stimmt mit dem Typen nicht, warum ist der so übertrieben nervös und hibbelig, das müssen wir vermeiden, weil dadurch werden die Frauen nicht unbedingt angetan sein, wenn du so ein hibbeliger, nervöser Typ bist, denn du musst verstehen, dass die Frau auf das Date kommt, weil sie sich entspannen will und wenn du selber so hibbelig bist oder nervös bist und aufgeregt bist, dann wird sich das auf die Frau übertragen. Bevor es losgeht, abonniere meinen Kanal, vergiss nicht die Glocke zu aktivieren auf alle Videos, damit du auch kein neues Video von mir verpasst, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin Don John verführt, Flirt-Trainer, Dating-Coach, mache seit über sechs Jahren nichts anderes, als Männern dabei zu helfen, selbstbewusst im Alltag Frauen anzusprechen und zu daten, fernab vom Online-Dating oder sozialen Kreis, sodass du eine sehr gute Alternative dazu hast und zwar jederzeit, wann immer du neue Frauen siehst im Supermarkt oder sonst wo, auch anzusprechen, zu daten und zu verführen. Also legen wir mit der allerersten Sache los und zwar sei nicht perfekt. Also es ist völlig in Ordnung, ein bisschen aufgeregt zu sein. Du magst es nicht glauben, auch ich nach meinen zahlreichen Days, die ich schon hatte, bin immer noch einen Ticken leicht aufgeregt. Es ist jetzt eher so eine leichte Euphorie, es ist jetzt nicht irgendwie so eine krasse Aufregung, dass ich gar nicht damit klarkomme. Und es gibt Tage, da bin ich ein bisschen mehr aufgeregt, andere bin ich weniger. Es hält sich alles in Grenzen, es war früher viel, viel schlimmer. Da hatte ich, wenn ich auf das Seat gegangen bin, schon nasse Hände und war sehr hebelig. Aber das Wichtigste ist, dass du verstehen musst, du bist der Mann und du musst dich deinen Ängsten stellen. Weil wenn du dich nicht deinen Ängsten stellst und solche Situationen, die dir unangenehm sind, die vermeidest, dann wirst du dich auch nicht entwickeln. Und wenn du jetzt merkst, dass du oft beim Kennenlernen von fremden Frauen beim Ansprechen oder auch auf dem ersten Date aufgeregt bist, dann ist es auch ein Zeichen dafür. Muss nicht sein, aber sehr wahrscheinlich, dass du auch in anderen Bereichen deines Lebens nicht die Konfrontation suchst. Zum Beispiel bei mir weiß ich das, dass ich in der Schule nicht gerne Referate halten wollte oder später im Studium auch nicht, weil ich das einfach nicht gemocht habe, vor Leuten zu sprechen. Aber dann später habe ich das gelernt, auch durch meine Dating-Karriere, wo ich dann auch immer mal wieder vor 100, 200, 300, 400 Leuten gesprochen habe. Und das war für mich am Anfang extremst, extremst Spannung, noch viel schlimmer als eine Frau damals ansprechen. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, wurde es für mich insgesamt noch leichter, auf Frauen zuzugehen, anzusprechen. Das heißt, du hast schon gute Grundvoraussetzungen, wenn du schon frei reden kannst oder dich allgemein Situationen aussetzt, die dich ein bisschen herausfordern. Denn das heißt nicht, dass du deswegen gar keine Aufregung hast, wenn du fremde Frauen ansprichst oder vor dem ersten Date dich befindest, aber dass du insgesamt besser damit umgehen kannst mit deiner Aufregung und die auch schneller weggehen wird. Also stell dich in der Situation und es ist okay, aufgeregt zu sein. Du musst nicht perfekt sein. Und versuche diese Aufregung auch nicht zu kaschieren. Und erst recht nicht solltest du etwas darstellen, was du nicht bist. Du solltest es nicht auf Mr. James Bond über cool machen, weil die Frau wird merken, dass es fake ist, dass es gespielt ist. Also die wird es vielleicht nicht sagen, aber du wirst dich dann fragen, warum es nicht geklappt hat, warum sie dich nicht nochmal daten will oder warum du nicht mit ihr in der Kiste gelandet bist. Sehr wahrscheinlich, weil du einfach keinen konkurrenten, authentischen Eindruck auf die Frau gemacht hast. Also es ist okay, ein bisschen aufgeregt zu sein. Damit das auch weiter weggeht, das ist der nächste Punkt. Du musst einfach schauen, dass du regelmäßig Dates hast. Also ich sage, mindestens zwei Dates in der Woche. Wenn es wesentlich weniger ist, dann brauchst du dich nicht wundern. Dann wirst du auch immer auf diesem gleichen Level bleiben. Wenn du sagst, du hast nur alle zwei Wochen ein Date oder einmal im Monat oder noch seltener, dann wundert es mich nicht, dass du da sehr aufgeregt bist und dass diese Aufregung auch nicht weggeht. Selbst wenn du zwölf Dates hast im Jahr, da ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Da kannst du nicht großartig deine Hemmungen abbauen. Also sorg dafür, dass du zwei Dates in der Woche hast. Wie du das am besten anstellst, indem du rausgehst. Selbst wenn du im Dorf wohnst, dann gehst du einfach ins Nachbarsdorf oder am Wochenende in eine etwas größere Stadt. Ansonsten auch, ich habe in Ansbach angefangen, 40.000 Einwohner, kleine Stadt. Und ich habe auch viele Coaching-Teilnehmer, die in noch kleineren Städten wohnen, dort ihr Ding machen und am Wochenende halt in die nächstgrößeren Städte fahren. Und das kannst du auch machen. Also du trägst die Verantwortung dafür, dass du immer wieder neue Dates an Land ziehst. Und wenn du das hast, wird es auch allgemein leichter klappen. Die dritte Sache, die du machen kannst, ist, dass du, wenn du sowieso regelmäßig Sport machst, die Sporteinheit verlagerst auf vor dem Date. Sodass du einfach dich auspowerst, mehr vom Kopf in den Bauch kommst und danach das Date wahrnimmst. Und vor allem auch, dass du noch kurz, bevor du die Frau datest, meditierst, 10-15 Minuten einfach zur Ruhe kommst. Und was auch sehr gut hilft, ist, wenn du dich selber zum Lachen bringst. Und zwar nicht fake, sondern weil du über etwas lachen musst. Ich schaue mir öfters vorm Schlafengehen Facebook-TV an. Da gibt es immer so lustige Pranks, wo Leute verarscht werden. Und ich finde das einfach mega lustig. Natürlich, dann lache ich einfach drauf, los mitten in der Nacht. Immer wieder. Und das bringt mich automatisch in eine gute Stimmung. Das kannst du auch selber feststellen, wenn du einfach mal über etwas lustig findest oder über etwas lachen musst und das mehrfach hintereinander. Dann bist du auch automatisch wesentlich entspannter. Weil einfach das zentrale Nervensystem, da werden einfach Hormone ausgeschüttet. Der Stress fällt förmlich von dir ab. Und wenn du dann so auf das Date gehst, du hast Sport gemacht, eine kleine Meditationsrunde und noch ein paar lustige Videos angeschaut, dann wirst du mit einer ganz anderen Ausstrahlung in das Date hineingehen. Die vierte Sache, was du machen kannst, wenn du einfach Dates auch nicht magst, du kannst das Date überspringen. Das mache ich auch immer wieder mal, wenn ich keinen Bock oder keine Zeit sonst habe, Frauen tatsächlich zu daten. Du musst dir aber bewusst machen, dass es ein kleiner High-Risk-Move ist. Also wenn du jetzt sowieso schon ein paar Frauen datest oder es jetzt nicht so wichtig ist, dass du unbedingt die Frau kennenlernen musst oder dass es mit erklappen muss und dann da ein bisschen Ergebnis offen bist, dann würde ich das machen und kannst auch einfach mal zum Testen machen und zwar, dass du dich in der Nähe deiner Wohnung triffst mit der Frau und sobald sie dann an dem Ort ist, wo du sie abholen willst, in der Nähe deiner Wohnung, schreibst du ihr, hey, ich bin noch nicht ganz fertig geworden, aber ich wohne gleich in der Nähe in der Punkt-Punkt-Punkt-Straße, komm doch einfach schon mal vorbei. Du kannst sagen, dass du zum Beispiel einen Vorwand findest, dass du gerade noch fertig essen musst oder fertig kochen musst. Ein besserer Vorwand wäre, dass du ihr sagst, dass du jetzt eigentlich sie treffen willst, aber das darfst du nur machen, wenn sie schon an dem Ort ist oder fünf Minuten bevor sie an dem Ort ist, weil dann ist sie ja extra losgefahren und dann schreibst du, hey, meine Ikea-Lieferung ist immer noch nicht angekommen, ich warte schon den ganzen Tag darauf und ich kann leider jetzt nicht das Haus verlassen, aber ich wohne eh nicht weit weg von hier. Fünf Minuten, komm doch einfach schon mal vorbei, dann warten wir einfach gemeinsam. Sollte echt in der nächsten halben Stunde, sollte er eigentlich auftauchen und danach können wir einfach nochmal einen Spaziergang machen, sodass du eine künstliche Zeitverknappung einbaust, dass die Frau weiß, okay, ihr werdet nicht lange da sein und dass es einfach einen validen Grund gibt, warum sie zu dir nach oben muss hat. Und ich würde das, wie gesagt, erst dann schreiben, wenn sie schon in der Nähe deiner Wohnung sich befindet, weil dann wird es, wenn du es ihr zu Hause schreibst, wenn sie noch zu Hause ist, dann wird sie sich das zweimal überlegen und denken, okay, dann treffen wir uns lieber an einem anderen Tag, wenn sie aber extra losgegangen ist und sich vielleicht noch schön gemacht hat vom Spiegel und dann kurz vorher, dann du das schreibst, dann ist es schon was anderes. Was du auch machen kannst, also das mit dem Ikea, da bin ich übrigens durch Zufall draufgekommen, weil das wirklich mal so passiert ist und das Nächste, was ich jetzt sage, da bin ich auch durch Zufall draufgekommen und zwar, dass mir mal der Schlüssel abgebrochen ist von der Wohnung und ich konnte die Tür nicht mehr schließen, hatte aber ein Date in Aussicht und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich der Frau gesagt habe, hey, tut mir leid, also ich würde gerne echt rauskommen zu dir und es ist auch keine Verarschung oder sonst was, aber mein Schlüssel ist gerade abgebrochen, ich habe ihr ein Bild davon geschickt und ich habe ihr damit gesagt, dass ich eben nicht die Tür schließen kann und deswegen das Haus nicht verlassen kann, dass sie ja, aber dass ich sie trotzdem gerne sehen will und sie ja wahrscheinlich auch jetzt schon da ist, dass sie einfach vorbeikommen kann, es ist ja nicht weit weg, du solltest immer die Frauen halt in der Nähe deiner Wohnung treffen, dann kommt die und dann, ja, kannst du, du musst jetzt nicht extra deinen Schlüssel kaputt machen, du kannst ja einen ganz anderen Schlüssel, also um es halt glaubwürdiger zu machen, kannst du irgendeinen Schlüssel nehmen, den kaputt machen, ein Foto davon schicken, mach es wie du willst, aber das sind so die zwei Gründe, wo es echt am häufigsten geklappt hat, einmal das mit der Ikea-Lieferung und dann mit dem Schlüssel und so merke die Frau, okay, der hat wirklich einen Grund oder ich habe wirklich eine Rechtfertigung, jetzt direkt mit ihm nach Hause zu gehen, eigentlich bin ich nicht so ein und wer weiß, vielleicht haben die auch ein bisschen Angst halt, also vielleicht denken die, okay, da will vielleicht gleich Sex oder vielleicht ist es ein komischer Typ, weil so sehr kenne ich ihn vielleicht auch noch nicht, aber dadurch hast du halt wirklich valide Gründe geschaffen, die kann sich da reinversetzen und mir ist es jetzt sehr selten passiert, bei der Ikea-Lieferung mal einmal, beim abgebrochenen Schlüssel noch nie, aber das habe ich auch noch nicht so oft verwendet, dass die Frauen dann nicht gekommen sind, also das sind gute Sachen, die kannst du machen, dann brauchst du auch keine Angst mehr haben vor dem Daten, weil du sie ja direkt nach Hause einlädst, wenn du sie zu Hause hast, dann ganz normale Routine, Bums-Playliste anmachen, Licht im, rein Wein einschenken, ein bisschen quatschen, Vertrauen aufbauen, also das Übliche und dann in die Offensive gehen. Also das sind die Dinge, die du machen kannst, wenn du Angst vor einem Date hast oder einfach das Date direkt überspringen. Wenn dir noch weitere Sachen einfallen, kannst du sie einfach direkt unter dem Video in der Kommentarfunktion schreiben, dann lese ich mir das auch gerne durch. Ansonsten, wenn du sagst, hey, alles schön und gut, aber Don John, ich bin einfach nicht in der Lage, regelmäßig Dates zu haben mit schönen Frauen, ich schiebe das auch vor mir her, aber ich schaffe es irgendwie nicht, brauche jemanden, der mich da unterstützt eine gewisse Zeit lang, der mir in den Arsch tritt, dann kann ich dir ja nur raten, dich für das kostenlose Analysegespräch zu bewerben unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem I, da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich dann innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir und zeige dir, wie wir das Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen können. Bis zum nächsten Video.